Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Special Workout. Ja, wie du im Titel lesen kannst, ist das heute ein Halloween Workout. Und ich habe mir da was vorbereitet. Also... Ha! Mit Kürbis! Ja, und genau darum geht es heute. Motto ist Halloween. Und ihr wisst ja, Oktober ist auch die absolute Kürbiszeit. Schaut da unbedingt auch auf unserer Seite www.bodyfitungesund.com vorbei. Weil dazu haben wir dann nämlich auch ganz leckere Rezepte. Nämlich nach dem Sport ist gesunde Ernährung wichtig. Guckt da rein. Link ist unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, wir sporteln! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Und... Vielen Dank. Vielen Dank. ...